Ja, willkommen zurück zu Minecraft, dem Stereo-Tür-Aufmachen-Spiel, dem Stereo-Tür-Aufmachen-Spiel, oder beziehungsweise willkommen zurück zu... Ich bin ein Star, hol mich raus! Ja, was habe ich gesagt? Wir wollten... Was habe ich in der letzten Folge gesagt? Ich weiß es schon gar nicht mehr, schon wieder vergessen. Ja, wir müssen irgendwie... Ich glaube, jetzt wird es machen, kann das sein? Wo ist denn die Sonne? Sonne! Da hinten. Ja, sie geht runter. Da würde ich sagen, es fängt ja schon wieder gut an. Das heißt, es fängt direkt mit der Nacht an. Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Wir werden jetzt in der nächsten Folge, jetzt, wie diese Folge, die nächste, diese Folge, werde ich mir gleich mal einen Turm bauen. Ja, um immer zu wissen, wann, beziehungsweise wo wir wohnen. Ja, fürs Erste. Das ist ja, wie gesagt, fürs Erste, erst mal hier so eine kleine Bleibe, die eigentlich schon recht gemütlich und schön ist. Ja, ohne Fenster alles. Wir haben noch so viele Utensilien in den Dings drin, die wir zum Bauen benutzen können. Das werde ich mal nehmen. Wie zum Beispiel auch Erde. Das ist ja jetzt erst mal vollkommen Wurst, was wir da nehmen. Mir ist wichtig, dass wir... Weil dann können wir nämlich das wegbauen. Das sortieren mache ich später, Flex. Das sortieren mache ich später, Flex. So. Die Utensilien werde ich mir mal reinpacken hier unten. So, facken brauche ich jetzt nicht. Was essen wir heute? Ist klar. Erde. Kies. Das brauche ich jetzt gerade auch nicht mal eben. Das brauche ich. Und Sand brauche ich. Und was ist da? Ich hatte ja gesagt, dass ich einen Turm bauen möchte, damit ich ungefähr weiß, wo ich wohne, wenn ich in der weiten Ferne bin, stehe. Ja. Und deswegen werde ich jetzt hier, ich glaube hier, auf diesem Bärsch, das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, werde ich mir einfach einen Turm nach oben bauen. Aua. Ich habe irgendwas... Gibt es doch gar nicht. Ich habe irgendwas im Auge. Ich glaube, hier ist ein echt guter Punkt. Dann weiß ich... Ah, da, wenn ich da runter gucke, da sind die Fackeln. Da wohne ich. Ja. Da wohne ich. Ich fange an mit, äh... Ich würde sagen, mit der Sandfläche. Ich hoffe, ich komme auch wieder heil runter vom Turm. Ich mache mir da gar keinen Kopf jetzt gerade drum. Ich würde so sterben wahrscheinlich. Äh, Kies. Ja, genau. So. So, den werde ich auch noch nehmen. Ja. Hallo. Platz hier nochmal. So. Das ist noch nicht hoch genug. Ich habe schon gemerkt. Das muss noch viel, viel höher. Das sieht man in der Ferne gar nicht, wenn man das jetzt so... Das muss viel, viel höher. Ich habe echt voll Schiss, hier runterzufallen. Und dann war es das alles. Ich weiß gar nicht, wie ich runterkommen soll gleich. Doch, ich grabe mich einfach runter. Ich grabe mich an einer Stelle runter, weil es braucht ja nur... Es reicht ja, wenn es so ein Dreieck wird. Ich habe jetzt Turm. Das muss ja jetzt nicht hier... Oh Gott. Was tue ich hier? Hallo. Ich bin ein Star. Hör mich hier raus. Deine Aufgabe heute, baue ein Turm aus Steinen und versuche, selber wieder runterzukommen. Oben warten dich, erwarten dich fünf Sterne. Kannst du sie alle sammeln? Ähm, nein. Alter, ist das hoch. Aber, äh, ihr werdet sehen, wir werden da jede Menge... Ihr werdet mir danken, bzw. ich werde mir selber danken, dass ich dann auch wieder zurück nach Hause finde. So, ähm... Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Hallo? Zack, zack. Gleich kommt so. Sie haben das Weltende von Minecraft erreicht. Bitte wenden, oder sie explodieren in fünf Sekunden. So. Ich glaube, es reicht. Ich glaube, ja. So, jetzt werde ich einfach hier runtergraben. Aber da kann mir nämlich nichts passieren. Yay. Jetzt habe ich den ganzen Scheiß wieder ein, den ich hingebaut habe. Natürlich auch geil. Zack, 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 zack. Ja, 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 ja. So, das muss schon reichen. Alter Finger. Aber dann weiß ich wenigstens, wo ich wohne. Ich glaube, den sieht man aus der Ferne. Ich habe Feuerstein gefunden. Yay. So, ich habe die Tür offen gelassen. Fällt mir gerade auf. Ich werde, glaube ich, um diese Insel rum komplett Fackeln bauen. Weil dann sieht man das aus der Ferne auch. Das ist bestimmt voll cool. So hier komplett so Fackeln rum. Überall so eine Fackel mal hin. Um die Insel rum. Genau, Flex. Um die Fackel rum. Natürlich. Klar. Warum denn nicht? Äh. Warte mal. Was ist das denn für eine Baumart? Ah, Dschungelholz. Oh, Dschungelholz. Geil. Nehme ich mal mit, wenn ich schon einmal hier bin. Aber das reicht so. Sieht aus wie so eine Startbahn jetzt gerade. So. Da kriege ich auch noch ein paar mehr Fackeln hinbauen. Guck mal, der brennt schon, der Zombie. Da weiß ich immer, wo ich wohne. Da kann mir nämlich nichts passieren. Dann glaube ich ja, in meinem Eingang werde ich glaube ich auch noch mal irgendwie so Fackeln hinmachen. Nicht viele. Nicht viele. So. Da kann mir nichts passieren. Also wenn ich jetzt meinen eigenen Eingang nicht sehe, dann weiß ich auch nicht. So. So, da geht's rein. Da. Reflex, da musst du immer reingehen. So. Ich weiß, es sieht total affig aus jetzt gerade. Alter, Saturn. So. Ähm. Ja. Vielleicht werde ich um den Turm noch mal so die letzten zwei Fackeln hinsetzen. Dass ich da, äh. Ja, vielleicht dass man den sieht. Ich weiß nicht, ob man den sieht dann. Keine Ahnung. Machen wir mal so provisorisch mal so zwei Fackeln hin. Und dann würde ich sagen, essen wir mal was. Ja. Ja. Mö, 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 mö. Fahrzeuge und ja, wir müssen ja noch Holz sammeln, wir haben ja so gut wie gar nichts da an der Insel, wir haben ja nur den Dschungel. So, da hinten sehe ich, da ist noch mehr, da ist übrigens die Wüste, vielleicht sollten wir auch mal in Richtung Wüste gehen. Dann dieser Turm, der Turm ist geil, könnt ihr mal erzählen, was da wohl, der Turm ist echt mega, der Turm ist echt der Hammer. Nein, was mache ich denn da, ich brauche eine Axt. So. Zack. Da sind auch ganz viele Bäume hier. So, und den Turm sehe ich immer in der Ferne, das ist super. Ich schaue mal gerade, ob ich vielleicht ein Dorf erkennen kann in der Ferne. Alle, hopp. Na, alle, hopp, 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 hopp. Ich glaube nicht, meistens sind die Dörfer ja, da ist glaube ich, berunden sich das richtig. Tatsache. Aua. Der war nicht gut. Ist das ein Brunnen oder was soll das sein? Was ist denn das? Doch, Tatsache, das ist ein Brunnen. Gibt's doch gar nicht. Oh. So. Ähm. der hier gestrandet ist. Ja, irgendwie... bin ich hier echt der Einzelste, glaube ich. Zivilisation! Ich glaube, wenn ich erstmal ein Dorf sehe, dann werde ich einfach sagen Zivilisation! Wer seid ihr? Seid ihr Menschen? Das können gar keine Menschen sein. Mit solchen langen Nasen. Was ist das Sound? Lalalalalala So! Oh, okay. Unsere Spitzhacke ist kaputt. Das heißt für uns, ich werde erstmal zurückreisen. Ähm... Ah, ist der Turm! Da muss ich hin! Sehr schön! So! So! Alle hopp! 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 Na! So! Und die Sonne geht auch runter! Das passt jetzt gerade auch voll! Das passt voll! Denn somit... Können wir auch direkt schlafen gehen! Das ist geil! Das ist echt super! Mich freut's, dass es auch momentan so läuft! Also, wenn das nicht sieht, dass das eine Wohnung ist, dann weiß ich auch nicht! Da ist übrigens noch eine Kuh am Stehen! Die nehme ich noch mit! Und ein Schwein! Ja, Schwein! Ja! Schweine! Schweine! So, Schweine! Kuh! So! Sehr schön! Geil! Boah, cool! Hammer! Schwein! 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 So! Haben wir ein bisschen Fleisch gesammelt! Müssen wir mal eben was essen! Zack! So! Ich würde sagen, gute Nacht! Bis demnächst! Jetzt kommt ein bisschen!